In der letzten Folge hatten wir wirklich eine sehr, 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 sehr lustige Kochsession gehabt mit Remi. Weil ich hatte das Ratatouille nicht hinbekommen. Da habe ich extra Hilfe gebraucht und da habe ich mir schon gedacht gehabt, das funktioniert doch nicht mal. Das war lustig gewesen. War wirklich lustig, hat mir Spaß gemacht. In der heutigen Folge wollen wir natürlich Remi hier in unser Dorf holen. Und dazu müssen wir das Haus platzieren. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Dreamlight Rally von Disney. Und wir starten direkt in die Folge. Gerne würde ich Remis Hause so platzieren, dass es natürlich in der Nähe ist von dem Restaurant. Ja, wo das Restaurant sein soll. Und deswegen werde ich mal schnell hier rüber gehen. Ja, und werde hier mal ganz schnell gucken, dass ich hier mal gucke, ob ich das hier platzieren kann. Ob es eventuell hier hin passt. Das wäre nämlich lustig. Dann hätten wir nämlich das nämlich direkt hier daneben. So, okay, dann schauen wir nämlich mal. Ja, so, okay, Haus. Remis Haus. Mal gucken, passt das hier hin? Passt das hier hin? Warte mal, ein bisschen rausgehen. So, zack. Natürlich, passt. Geht, passt, wackelt und hat Luft. So, dann müssen wir mal gucken, was der gute Dagobert Dack dafür haben möchte, ne? So, Dagobert. Remi mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen feinen Geschmack und hohe Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das seinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Und dafür möchte er gerne 2.000. Okay, alles klar. Ich komme später wieder. Dann beeile dich. Die Wirtschaft des Tals könnte sicherlich einen so guten Koch wie Remi gebrauchen. So, das heißt, wir müssen leider wieder hergehen. Wir müssen wieder ein bisschen was verkaufen. Ja. Das bedeutet, wir werden wieder ein bisschen kochen. Und wieder was verkaufen. Yay, cool. Ah, das wird lustig. Das wird lustig. Das wird lustig. Ich freue mich. So, hier. Können wir nämlich erstmal hier schnell hergehen. Und können wir nämlich mal schnell hier alles nämlich ernten. Genau. So. Okidoki. Das funktioniert sich sehr wunderbar. Und wumm. Sehr schön. Haben wir. Okidoki. Dann gehen wir mal schnell hier rein und dann gucken wir mal ganz schnell, was wir kochen können. Ja, wir müssten ja noch ein bisschen was haben. Woraus wir noch ein bisschen was zaubern können. Ganz genau. So. Zack. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier zusammen machen können. So. Okay. Warte mal. Was habe ich denn jetzt hier alles, hier alles drinne? Was habe ich jetzt hier alles drinne? Okay. Ich habe natürlich nicht besonders viel gerade. Ne? Hier. Okay. Alles klärchen. Dann können wir halt jetzt momentan erstmal nur die Standardsachen machen, ne? Machen wir erstmal die Standardsachen, die wir schon kennen. Ist ja überhaupt kein Problem. So. Und dann würde ich mich jetzt hergehen und würde sagen... Warte mal. Habe ich noch irgendwas anderes an Gemüse? Ne, ne? Okay. Alles klar. Dann schmeiße ich jetzt einfach das hier rein. Ja. So. Und das hier. So. Und dann machen wir einfach das jetzt die ganze Zeit, ne? Ich würde dann auf jeden Fall erstmal hergehen und würde natürlich wieder die Sachen hier vorarbeiten. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. So. Damit müssen wir jetzt auf jeden Fall genug zusammen haben. Ja. Jetzt schauen wir mal ganz schnell. So. Was habe ich jetzt alles zusammengekocht? Ich habe jetzt insgesamt 16 mal gekocht. Mal gucken, ob das schon reicht. Ansonsten würde ich auch hergehen und im Wendtfeld auch noch was mitnehmen, was ich vielleicht dann verkaufen kann. Ja. Wir gucken einfach mal schnell hier in unser Lager rein. Vielleicht habe ich ja dann noch irgendwas. So. Schauen wir einfach mal hier rein. Ich würde einfach sagen, wir nehmen einfach mal den hier mit. Ja. Und den verkaufen wir dann auch. Ja. In der Hoffnung, dass wir vielleicht dann nochmal irgendwann einen bekommen. Ja. Das sehen wir dann. So. Ganz schnell zu Goofies Stand hin. Erstmal schnell wieder ein paar Sachen verkauft. Gucken, ob wir das Geld zusammen bekommen. Damit ich Remis Haus nämlich dann hier freischalten kann. Beziehungsweise aufbauen kann. Oh. Hier. Guck mal. Yay. Es gibt wieder Weichholz. Yay. Cool. Hier da drüben liegt auch was. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Alles, was wir sehen, sollten wir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ne. Das bedeutet nämlich, wir könnten nämlich dann die nächste Kiste bauen. Die nächste Lagerkiste. So. Okay. Gucken wir mal hier ran. So. Verkaufen. Bitte gerne. So. Okay. Ich kriege für eins 89. Okay. Dann die hier. Dann 1334. Okay. Und dann noch das dazu. Und verkaufen. Und dann haben wir das Geld zusammen, damit wir die Hütte aufstellen können. Yay. Cool. Sehr schön, Goofy. Sehr schön. Ist immer wieder schön, mit den Geschäften zu machen. Ne. Läuft. So. Und guck mal. Hier. Dreamlight. Yay. Ich kann hier einsammeln, weil ich so viel gekocht habe. So. Sehr schön. Ha. Habe hier ganz viel Dreamlight zusammen. Yay. Okay. Jetzt stellen wir erstmal die Hütte. Die Hütte auf von Remi. Von Remi. Remi. So. Natürlich nehme ich das hier auch gleich mit. Ne. Und hier. Weichholz. Auch mitnehmen. Ganz wichtig. Immer schön sammeln auf dem Weg. Ja. Wenn wir schon eh unterwegs sind. Können wir natürlich auch gleich sammeln. Ne. So. Hier frische Gewürze muss ich natürlich auch mitnehmen. Hier ist auch nochmal Weichholz. So. Hier wird alles mitgenommen. Coole Sache. So. Und dann holen wir uns nochmal Dagobert. Hallo Dagobert. Remi merkt ein kleiner Kau. Ja. Das wissen wir schon. Ja. So. Zeig die Bomben. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tal zu richtigem Schwung kommen. Da hast du recht. Und da ist das Haus von Remi. Coole Sache. So. Remi. Heiße Remi. Willkommen. So. Mach ich doch. Da ist Remi. Cool. Gefällt mir. So. Pass auf. Hier. Okay. So. Hey. Geht nicht besser. Warum geht das nicht besser? Hm? Warum geht das nicht besser? Okay. Foto gemacht. Sehr schön. So. Ich tue es trotzdem mal runterladen. Ja. Können vielleicht trotzdem helfen. So. Okay. Schließe Freundschaften habe ich gemacht. Yes. Hier. Guck mal. Da. Wumm. Sehr schön. Ha. Sehr schön. Okay. Mal schnell mit Remi reden. Remi. So. Wow. Dieser Ort ist wunderschön. Und kommt mir irgendwie bekannt vor. Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon mal hier, äh, einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Genau. Ein wichtiger Abend im Restaurant. Ganz genau. So. Neugestaltung eines Restaurants. Yay. Guck mal hier. So. Ist es das? Ist es das einzige Restaurant in diesem Dorf? Wow. Ich schätze, ich bin nicht mehr in Paris. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Es gibt hier viel Potenzial. Es braucht nur etwas Liebe. Und vielleicht eine Komplettrenovierung. Aber du kannst mir dabei helfen, oder? Auf jeden Fall. Ich liebe Essen. Danke. Es hilft jemanden zu haben, der, du weißt schon, seine Größe im Meter statt in Zentimeter groß genug ist, um die oberen Regale zu erreichen. So. Seine Größe im Meter statt in Zentimeter misst. Oh. Was wäre denn jetzt die richtige Antwort? Ah. Du weißt schon. Okay. Der Großgenie. Okay. Alles klar. Ja. Genau. Aber es hat auch Vorteile, klein zu sein. Zum Beispiel kann ich durch ein Loch in der Wand klettern und die Tür von innen öffnen. Folge mir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Wum. Okay. Coole Sache. Coole Sache. So viel Geschmacksrichtung, die noch niemand probiert hat. Ganz genau. So. Hey, du bist es. Bonjour. Eines, was soll mir hineingehen? Ja, die Tür ist nicht abgeschlossen. Okay. Danke. Alles klar. Gehen wir mal rein. So. Betreten. Schauen wir einfach mal rein. Schauen wir einfach mal, was da drin so ist. Okay. Okay. Und da ist eine Truhe. Guck mal hier. Cool. So. Was haben wir hier drin? Yay. Ein Outfit-Paket. Da gucken wir gleich mal wieder rein. Oh. Ich habe hier sogar noch eins. Wir haben da sogar noch eins. Mal gucken, was da drin ist. Schwarze Hose. Yay. Okay. Oh, die schwarze Hose, die würde ich gerne auf jeden Fall anziehen. Pass mal auf. Hier. Zack. Bumm. Schwarze Hose. Ah, das sieht schon viel besser aus. Ja. Sieht schon viel, viel besser aus. Okay. Alles klar. Jetzt schauen wir noch mal ins Inventar. Da war nämlich noch ein Kleidersack drin. So. Pass mal hier auf. Ein kleines Deckel. Grau-weiße Abendhandschuhe. Mh. Ich bin aber nicht so. Ja. Ich trage ja sowas nicht, ne? Ich trage ja sowas nicht. So. Okay. Alles Klärchen. Ah. Hier. Guck mal. Schön eingerichtet. Schön eingerichtet. Mh. Yay. Cool. Und wo ist Remi? Remi, wo bist du? Oh. Warte mal. Da liegt was. So. Was ist das? Uh. Uh. Was ist das? Ah. Hier wieder ein Zettel. Yay. Cool. Da setzt sich eine Geschichte zusammen. Ich hatte gerade die leckerste Mahlzeit im... Okay. Remi hat sich mit der Speisekarte wirklich selbst übertroffen. Er spricht davon, die Gerichte basierend auf all den verschiedenen Teilen des Tals zu erweitern. Okay. Coole Sache. So. Warte mal. Charaktere. Uh. Ich hab hier. Ich hab hier. Hier. Ja. Hier. Remi. Remi hab ich schon. Okay. Die anderen müssen wir alles noch gucken. Kriegen wir alles noch hin. Zutaten. Yay. Hier. Guck mal. Alles freigeschaltet. Also nicht alles freigeschaltet. Aber vieles freigeschaltet. Ich habe vieles freigeschaltet. So. Gerichte. Hab ich auch wieder ein bisschen was freigeschaltet. Ne. Ist auch kein Problem. Kriegen wir auch langsam so ein bisschen hin. So. Da ist das Ratatouille. So. Noch irgendetwas, was jetzt da neu dazu gekommen ist. Hä? 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 Nein. Okay. Kleidungssets. Haben wir natürlich auch wieder ein bisschen was Neues. Ne. Hier. Die schwarze Hose haben wir. Die schwarze Hose. Und die Sachen hier. Das ist auch cool. Ha. Perfekt. So. Okay. Gehen wir wieder nach draußen. Ja. Äh. Rennt hier Remi noch irgendwo rum? Ist Remi noch da? Remi. Wo bist du? Wo rennt denn jetzt Remi rum? Ah. Okay. Remi ist jetzt hier. Okay. Alles klar. Remi ist in seinem Häuschen. Okay. Dann gehen wir mal rein. Dann sagen wir mal hallo. Ne. Dann sagen wir mal ganz schnell hallo. Oh. So. Remi. Wo bist du? Ah. Der hat eine Truhe. Hallöchen. Guck mal auch mal direkt rein. So. Hier. Wieder Beutelsche du. Wieder Beutelsche. So. Oh. Wie sieht's aus? Und. Plupp. Schwarze Unijacke. Yay. Cool. Oh. Die will ich auch anziehen. Die will ich auch anziehen. Warte. 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 Äh. Mäntel. Da. Schwarze Unijacke. Jawoll. Jakob. Ja. Das wird doch langsam. Hm. Cool. So. Remi. Wo bist du? Das ist Remi. So. Pass mal auf. Bonjour. Neugestaltung. Lass uns überall rumreden. Ich habe etwas für dich. Entschuldige. Ich kann jetzt nicht reden. Okay. Okay. Ja. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Okay. Alles klar. Aber was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ähm. Warte mal. Hier. Mal kurz gucken. So. Neugestaltung. Aktive Aufgabe. Okay. Alles klar. Geh in das Restaurant und sieh dir an, was sich darin befindet. Natürlich. So. Okidoki. So. Einmal hineingehen. Jawoll. Sehr schön. So. Ich bin drin. Ich bin drin. Er sprich mit Remi über das Restaurant. Okay. Ich gehe wieder zu Remi. Remi. Bist du noch in deiner Hütte? Ha? Ah. Da ist Remi. Hallo Remi. So. Bonjour. Ich habe etwas für dich. Du scheinst beschäftigt zu sein. Okay. Warte mal. Okay. Ja. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Hoffentlich sehen wir uns bald. Okay. So. Jetzt gehe ich nochmal rein. So. Elf. Aufgaben. Sprich mit Remi über das Restaurant. Okay. Habe ich jetzt hier einen Bug? Ist das ein Bug? Echt jetzt? Okay. Warte mal. Ähm. Erzähl mir mehr über deine Arbeit. Okay. Weißt du wie viele verschiedene Köche es gibt? Es gibt. Es gibt. So. 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 Das klingt hart. Ich wette. Das könnte ich. Ich wette. Das könnte ich. Du hast es bereits gemacht. Als du in Paris warst, warst du mein Souchef. Uh. Okay. Cool. Dankeschön. Ah. Herrlich. Oh yeah. Oh yeah. So. Okay. Noch mal reden. Noch mal reden. Okay. Warte mal. Ähm. Okay. Ja. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Okay. Das hatten wir ja schon alles. Offenlich sehen wir uns bald. Okay. Aber irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter vorwärts. So. Sprich mit Remi über das Restaurant. So. Okay. Aber wenn ich wieder rausgehe. Ach so. Da ist er ja. Da ist er ja. Der ist hier drin. Und es ist vollkommen leer. Ich schätze, wir sollten mit den Grundlagen beginnen. Als erstes brauchen wir Tische und Stühle. Ich wette, dass Dagobert Duck welche verkauft. Da wir viele davon brauchen werden, hoffen wir mal, dass er uns ein gutes Angebot macht. Wir sind ein gutes Team. Natürlich. Aber macht er bestimmt. Ja. Macht er bestimmt. So. Okay. Dagobert. Wo bist du? Okay. Warte mal. Habe ich denn noch genug Geld? Habe ich noch genug Money? Money. 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 Ich habe 1.500 Geld. 1.500 Geld. Okay. Kann noch nicht so viel kosten, oder? So. Pass mal auf. Da, Dagobert. Habt du Möbel? Reden. So. Einen schönen Tag noch. Lass mich dir etwas zum Thema Geschäfte beibringen. Hm. Du musst deine Kunden glücklich machen. Aus vielen Gründen. Aber vor allem, weil es glücklichen Käufern weniger ausmacht, einen hohen Preis zu bezahlen. Ich habe einen Kunden, der auf seine Lieferung batet. Hast du Zeit, ihm zu helfen? Na klar. Wer ist der Kunde? Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Blaues. Etwas Altes. Äh. Etwas Magisches. Etwas Blaues? Haha. Welch ein Glück. Du kennst deinen Dorfbewohner. Ah. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? In seinem Büro. Bestimmt. In seinem Spielzimmer. In einem geheimen Raum. Gibt es sowas überhaupt? Äh. Etwas überhaupt? Ich glaube, ich hätte davon gehört, wenn es etwas hier im Tal gäbe. Ja, dann wäre es ja nicht ein Geheimraum, ne? So. Er wünscht sich eindeutig etwas für sein Büro, in dem er alle seine Bücher mit all diesen großen Worten liest. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus oder kaufe etwas noch Schöneres mit dem eigenen Geld. Okay, alles klar. Wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht finden kannst, gib mir Bescheid. Ich habe gerade ein Liefersystem auf Anforderungen installiert, mit dem du alles aus meinem Katalog bestellen kannst. Okay, okay. So. Okay, aber erstmal, erstmal brauche ich, ähm, äh, Dingsbums. Erstmal brauche ich Dingsbums. Bleib doch mal hier. Immer mit dir reden. Hallo. So. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Die Kunden wissen, was das am besten ist. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Du musst eine Menge Geschichten. Ich habe etwas für dich. Lass uns abhängen. Okay, warte mal. So. Okay. Nutze mein Liefersystem. Okay, alles klar. Freundlichen Dank. Okay, was kostet das hier? 2.400. Ach du Sch... Schöne... Äh, schöne Sache, du. Ach du schöne Sache. Okay. Würde er auf sowas stehen? Nee, das ist zu feminin, ne? Das ist zu feminin. Okay. Kannst du so einen Stab gebrauchen? Oh, der ist auch teuer. Der ist auch teuer. Oha, oha, oha. Was ist das hier? Nee, das ist auch nix. Das ist auch nix. Okay. Ähm... Ja. Okay. Noch mal reden. So. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. So. Kleidung. Möbel. Möbel. So. Notwendiges. So. Was braucht er denn? Er braucht bestimmt hier mal... Ähm... Er braucht bestimmt einen Sessel, oder? Er braucht bestimmt einen Sessel. Natürlich. Er braucht einen Sessel. So. Sessel kommt immer gut. So. Dann brauche ich bestimmt noch einen Tisch. Ja. Einen ordentlichen Tisch brauche ich auch noch. Warte mal. So. Was brauchst du denn für einen Tisch? Du brauchst hier bestimmt so einen Tisch, ne? Ja, passt farblich. So. Bestellung. Alles leerchen. So. Anfragen. Oh. Ja, hier. Das wollten wir ja eigentlich auch haben, ne? So. Bestellung. So. Okay. Haben wir jetzt erstmal das. Okay. Nun, komm wieder, wenn du deine Meinung änderst. Alles klärchen. Auf Wiedersehen und bis bald. Okilito, okilito. Sehr schön. So, pass mal auf. Pass mal auf. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder zu Remi, damit wir das erstmal abgeschlossen haben, ja? Das muss jetzt erstmal abgeschlossen sein. So. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, Möbel gekauft, die Merlin gar nicht haben wollte, ne? Denke ich mir mal so. Denke ich mir mal so. Okay. Bringe Remi den Gegenstand. Restaurantmöbel. Okay. Remi, wo bist du? Remi. Hallo? Remi? Wo ist Remi? Remi. Wo ist er denn hin? Hä? Wo ist er denn hin? Oh, er ist in seiner Hütte. Okay, alles klar. Sehr schön. Okay. Betreten. So. Da ist er ja. Können ich mit dir sprechen? Ja, natürlich. Hallöchen. So, möchtest du dies weitergeben? Natürlich. Da. Cool. Haben wir. Hallo? Gut, jetzt wo die Gäste einen Platz zum Sitzen haben, können wir über das Essen nachdenken. Wir brauchen eine gut ausgestattete Küche, wofür ich eine Liste habe. Ich habe eine davon geträumt, mein eigenes Restaurant zu eröffnen. Ich habe Listen gemacht für das, was ich brauche. Ich habe ständig neue Dinge hinzugefügt und sie verfeinerte, wenn mir neue Gerichte einfielen. Diese Listen zur Eröffnung von La Ratatouille zu verwenden, war ein Traum, mit der es sich verwirklicht hat. Gut, dass ich sie behalten habe, oder? Natürlich. Hier, ich übernehme diesen Teil der Liste. Kannst du die andere Hälfte übernehmen? Okay. So. Okay. So, viele Geschmacksrichtungen. Ja, ich weiß. Wir brauchen Oregano und Weizen. Jawohl, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, okay. Ist doch schön, wenn eine Sache funktioniert, oder? So. Uh, uh, Dreamlight. Dreamlight. So, da. Wumms. Sehr schön. Okay. Wir brauchen Weizen. Das heißt, ich muss Weizen anbauen, ne? Ich muss, glaube ich, Weizen jetzt anbauen. So, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ja, Gewürze. Immer ganz wichtig. Immer ganz wichtig. So. Okay. Kufi, hast du Weizen? Ich brauche Weizen, äh, 25 Stück. Kufi, ich brauche 25 Weizen, bitte. Ja. Wenn recht. Wenn recht. Kaufen. So. Okay. Weizen. So. 25 Stück brauche ich. So. Und kaufen. Dankeschön. So, die tue ich nämlich auch gleich anpflanzen. Ja. Damit ich nämlich das hier schon mal habe. So. Okay. Dann gehen wir mal direkt hoch zu meinen Feldern. Ja. Die bestimmt, ähm, äh. Sind sie frei oder sind sie nicht frei? Die sind gerade frei. Das ist cool. Das ist cool. Das heißt, wir können direkt anpflanzen. Ja. Pass mal auf. Hier. So. Zack. Und wir nehmen das hier. Sehr schön. So. Dann haben wir nämlich schon mal den Weizen angepflanzt. Ja. Und dann kriegt nämlich dann Remis seinen Weizen. Dann sind wir alle glücklich. Dann sind wir alle glücklich. Ja. Und dann gibt es gutes Essen hier im Tal. Das wird cool. So. Pass mal auf. Pass mal auf. So. Okay. 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 So. Dann muss ich das gleich nur noch gießen. Das muss dann gleich nur noch gegossen werden. Cool. So. Das wird prächtig. So. Und. Wupp. Ha. Läuft. So. Natürlich jetzt alles noch schön gießen, ne? Muss alle noch schön gegossen werden. So. Dann haben nämlich die 25 Weizen nämlich dann zusammen. Das ist richtig nice. So. Okay. Oh. Das habe ich eben gerade hier vergessen. Das brauchen wir natürlich auch noch. Und die beiden hier. So. Und dann kann das erstmal hier schön wachsen. Das ist cool. So. Perfekt. Perfekt. Was wir aber noch in der Zwischenzeit machen könnten, ist nochmal ein bisschen sammeln. Wie gesagt, wir haben jetzt momentan nicht besonders viel zu tun. Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall warten, bis der Weizen fertig ist. Wir haben viel zu tun. Ja, 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 ja. Merlin, Merlin. Ich weiß, wir haben viel zu tun. Ich habe auch viel zu tun. Ja. Ich tue vielen, vielen, vielen netten Menschen hier, beziehungsweise vielen, vielen netten Charakteren, ja, helfen, damit sie hier vorwärts kommen. Und deswegen, du musst dich leider mal einen ganz, ganz kleinen Augenblick gedulden. So. Einen ganz, ganz, ganz kleinen Augenblick. So. Okay. Dann haben wir das hier. So. Okay. 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 Sehr schön. Sehr schön. Oh. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist Kohle. Das ist Kohle. Kohle, Kohle. So. Okay. Steht hier vielleicht auf der Seite auch noch irgendwas rum? Ja. Guck mal. Da ist der Weizen. Da ist der Weizen. So. Okay. Das hier sammle ich natürlich auch alles ein. Das brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig. So. Oregano. Hatte ich nicht auch noch Oregano einstecken gehabt? Oder ich habe, ich habe doch Oregano. Habe ich doch in meiner Hütte. Das habe ich doch in meiner Hütte. Das habe ich doch in meiner Hütte. Dann kann ich das doch schnell holen. Dann hole ich mir jetzt ganz schnell den Weizen. Ja. Dann hole ich mir das Oregano. Ja. Und dann haben wir doch die Aufgabe abgeschlossen. Oh. Aber warte mal hier. Oh. Hier ist doch überall dieses schöne Weichholz. Ne. Wir haben das jetzt so gemacht. Wir haben jetzt in der Hütte, haben wir jetzt von Remi die Hütte gebaut. Ja. Wir haben das Restaurant, haben wir, ähm, äh, hergerichtet. Ja. Und das bedeutet, wir machen in der nächsten Folge weiter. Deswegen, ihr schaut jetzt mal hier an der Seite. Ja. Da habt ihr wieder zwei, drei Videos. Die habe ich euch verlinkt. Ja. Genauso auch der Link zu meinem Hauptchannel, wo ich täglich streame. Von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Einen Moment bitte. Ich brauche deine Hilfe. Wir sehen uns. Ciao.